was geht ab liebe basketball freunde willkommen zurück zu einem neuen video wir starten rein in die heat zeltik serie jetzt vielleicht nicht gerade eben mit dem positivsten titel aber wir haben den nächsten blowout in den playoffs den nächsten blowout in dieser serie er steht 2 zu 2 also die celtics haben ausgeglichen jetzt geht es wieder zurück nach miami die heat starting five kommt gemeinsam auf 18 punkte das gab es noch nie also seit zumindest die stats der starting five erfasst werden ich weiß gar nicht mehr glaube 1972 oder sowas ging das los und die höchste führung lag bei 32 punkte und mich erreichen in den letzten tagen echt sehr viele nachrichten dass die conference files dieses jahr nicht so wirklich bock machen und ja irgendwie habt ihr recht ich meine bei warriors maps okay da steht jetzt 30 das natürlich die spannung raus habe ich gestern im video dazu gemacht aber ich finde da waren die games auf jeden fall noch nice und zumindest das zweite und das dritte spiel im zweiten spiel natürlich aus maps sicht sehr sehr ärgerlich aber da war auf jeden fall noch irgendwie spannung und man hat auch auf jeden fall mit stephen curry und luca zwei superstars zwei identifikationsfiguren und klar steht jetzt 30 am ende kann man sagen auch das ist langweilig aber ich finde das ging zumindest noch einigermaßen aber bei heat celtics da muss ich echt auch ehrlich zu ich sein ist der funke irgendwie auch überhaupt noch nicht übergesprungen und ich habe mal überlegt woran kann das liegen ich glaube einer der absoluten hauptgründe ist einfach das ist eine sehr sehr defensiv geprägte serie ist und im normalfall ist das halt natürlich besonders für den neutralen zuschauer der jetzt nicht irgendwie komplett basketball affine ist und sich vielleicht auch mit der taktik und mit den unterschiedlichen defensiven schemes auseinandersetzen möchte ist das natürlich fürs auge viel viel unattraktiver als wenn sich hier luca und stephen curry 30 und 40 punkte um die ohren ballern wenn ich glaube das ist auf jeden fall einer der hauptgründe besonders jetzt in dieser sehr offensiv geprägten ära dann ich glaube auch es fehlen einfach diese absoluten superstars diese identifikationsfiguren an denen man sich vielleicht auch aufgreifen kann so ein kevin durant oder einem beat oder auch ein janes also zum beispiel die serie bugs gegen seltex die hat mir richtig bock gemacht aber das war halt auch natürlich weiß ich das war irgendwie ein anderes niveau das war irgendwie dadurch dass janes natürlich auch mit dabei war war hatte man auch diesen schlagabtausch janes gegen tatum und jetzt butler gegen tatum ja ist nice für die seltex und heat fans aber das sind glaube ich einfach keine magneten für neutrale zuschauer die jetzt vielleicht mal so zwischendurch einschalten oder deren die blingsteam ich meine wir haben jetzt nur noch vier teams am start natürlich schauen jetzt gerade einfach unglaublich viele zu deren lieblingsteam oder lieblingsspieler schon raus ist und ich glaube das sind einfach keine magneten und da habt ihr mir auch schon ein paar nachrichten geschrieben ob es eventuell daran liegt und ich würde sagen ja natürlich fehlen da einfach irgendwie superstars natürlich werden die tatum und jimmy butler fans jetzt sagen es labert ihr aber ich glaube wenn man neutral und objektiv ist dann kann man schon sagen dass janis durant und solche spieler einfach noch mal eine stufe drüber sind dann wenn die ersten beiden gründe schon mit rein spielen und dann kommt noch der dritte mit dazu dann wird die serie hat einfach irgendwann komplett langweilig gefühlt jedes spiel ist ein blowout ich habe es noch mal aufgeschrieben in game one werden die zeit im dritten viertel komplett her geklatscht das game war danach ehrlicherweise durch im zweiten spiel werden die heat komplett vermöbelt mit 127 zu 102 dann im dritten spiel haben die heat auch schon wieder mit 26 punkten geführt okay das war dann am ende zumindest nochmals spannend die zeitig sind da noch mal rangekommen und jetzt im vierten spiel für die zeitig auch schon wieder mit 32 punkten also das ergebnis ist ja überhaupt nicht spiegelt nicht das spiel wieder die miami heat waren heute absolut chancenlos man hätte ehrlicherweise eigentlich zur halbzeit hätte man einfach den fernseher ausmachen können also klar wenn natürlich jedes spiel irgendwie gefühlt auch ein blowout ist dann fehlt auch da die spannung defensiv geprägte serie keine absoluten superstars mit dabei geht das spiel das gefühlt irgendwie im blowout und ja ich sag's euch auch ganz ehrlich mir macht es auch keinen spaß 0 bock also weiß ich jetzt auch nicht ob es vielleicht sich noch mal irgendwie ändert wenn jetzt ein game 5 die heat gewinnen und dann ein game 60 celtics und wir haben ein game server aber an sich ist es halt einfach keine serie wo ich mir so denke geiler basketball das macht ultra viel spaß irgendwie nicht es ist jetzt irgendwie voll negativ oder aber keine ahnung ich will auch nicht euch jetzt irgendwie vorlügen und sagen boah die serie ist voll geil besonders wenn ich wirklich so viele nachrichten über instagram bekommen die leute sagen irgendwie so hey max geht es dir eigentlich auch so dass die serie nicht so viel spaß macht und ich sagte natürlich auch ja ist so wer holt sich jetzt die serie kommen sprechen wir da noch mal ein bisschen drüber ist natürlich schwer vorherzusagen weil wenn man sich die vier spieler ansieht dann ist es irgendwie ich habe schon das gefühl dass die boston celtics eigentlich dominanter sind und sich nur selber schlagen können aber ich will auf jeden fall die miami heat auch nicht unterschätzen ich denke aber wenn man beim rausnimmt und er war heute nacht auch wieder ein absoluter non-factor also hat im dritten spiel jetzt sein break out game einmal und jetzt im vierten spiel war ja schon wieder komplett abgemeldet time lord ist auch wieder zurück der time lord macht immer einen unglaublich also robert williams third für die leute die den nick nämlich kennen er macht da immer einen unglaublich guten job auch gegen gegen beim adebayo und wenn man jimmy butler von der freiburg linie fernhält der vielleicht ist auch nicht zu 100 prozent fit war der teile hero war auch nicht mit dabei auch verletzungsbedingt auf der anderen seite marke smart nicht mit dabei was mich jetzt ehrlich gesagt nicht gewundert hat nach dem dritten spiel und nach dieser szene dann glaube ich dass man eigentlich die miami heat ganz gut bei 100 punkten oder unter 100 halten kann und dann sind die seltex für mein empfinden eigentlich variabler und stärker und auch breiter aufgestellt die haben aber immer noch das problem dass die seltex manchmal irgendwie ein viertel komplett verpenne das ist glaube ich schon zweimal passiert in dieser serie und dann verlierst du verlierst du dann das spiel und in der crunch time würde ich aussagen würde ich die miami heat aktuell stärker einschätzen also man kann nicht was sagen dass die klaren bloß und man die seltex gehen und die engen duelle gehen an die miami heat also ich will auf jeden fall nicht ausschließen dass es auch in ein game seven geht mein tipp war 42 für die boston seltex und ich bleibe dabei ich glaube dass boston die möglichkeit hat das nächste spiel zu klauen in miami und dann machen sie eventuell zu hause den sack zu 42 und dann bin ich ehrlich gesagt auch nicht böse wenn das ding jetzt nicht über sieben geht klar in game seven hat dann noch mal seine ganz eigene brisanz aber wir hatten auch schon zweimal ein game seven und das kommt auch noch mit dazu es gibt auch manche leute die sagen die playoffs generell sind gerade eben nicht so geil nicht so spannend es gibt einfach unglaublich viele blowouts und auch diese beiden games zwischen den bugs und seltex und den jetzt krieg ich es natürlich nicht hin was er herr phoenix sans maps danke max gut dass ich noch drauf gekommen bin es war natürlich auch zwei absolut klare geschichten da war dann natürlich auch keine große spannung mit dabei also ja es gab ein paar ganz nice duelle in den play-offs aber es ist nicht so dass ich sage diese play-offs sind zehn von zehn und diese serie ist bisher auf jeden fall schon schwere kost ja ich bin gespannt in dem spiel braucht man ehrlich gesagt keine große analyse die heat sind unglaublich schlecht rein gestartet haben es überhaupt nicht geschafft mal irgendwie aus dem feld was zu treffen haben ihre ersten punkte über die freibufflinie gesammelt ich glaube alladipo hat dann mal eröffnet mit einem dreier die seltex unglaublich aggressiv rein gestartet auch mit der right da ist am anfang gemeint okay der macht heute das spiel seines lebens der die ersten sieben acht punkte für die boston seltex erzielt und ansonsten hat man das einfach defensiv sauber verteidigt das war jetzt nicht mal offensiv das beste spiel von den boston seltex wenn die ihren dreier noch besser treffen dann wird das ein 40 punkte blowout und das ist naja leute ich hoffe dass wir vielleicht irgendwie noch ein bisschen spannung in dieser serie bekommen jetzt geht es wieder zurück nach miami wenn da die boston seltex das ding klauen sollten dann gehe ich aber wirklich komplett mit den seltex und wie gesagt ich bleibe bei meinem tipp 42 ansonsten wir starten habe ich das in dem anderen video schon angekündigt ich glaube auf insta habe ich geschrieben wir starten jetzt die nächsten tage rein mit den offseason videos es gibt ein paar unglaublich interessante themen was machen wir bei den maps auf der fünf brauchen wir einen klassischen center oder brauchen wir wieder so jemanden der auch einfach dieses five out weiterhin mitspielen kann so ein christian woods oder ein malz turner von den indianer pacers oder ein john collins von den atlanta hawks oder muss man doch mit so leuten gehen die julie gobert oder die andere auf der anderen seite was machen wir mit den phoenix suns wie geht es da weiter also es gibt unglaublich was passiert mit sackle wien auch gerade eben ein riesenthema da habe ich auch in meinem blog schon kleinen eintrag verfasst also ich glaube ist es jetzt auch ein guter moment dass man einfach sagt wir fangen ein bisschen an mit der offseason und gehen da rein in die themen das war's leute danke für eure aufmerksamkeit ich weiß nicht gerade mega spannendes video und auch nicht gerade jetzt so huu huu hype train aber ist manchmal einfach so ihr wisst ich bin da auch immer ganz ehrlich und ansonsten gucken wir mal ob morgen die warriors die serie schon zumachen können in 4 0 suite wäre natürlich schon extrem hart kann aber natürlich durchaus passieren ich glaube dass die maps das nächste spiel gewinnen und dann gibt es ein gentleman sweep dass die war es dann zu hause noch mal gewinnen und den sack zu machen das war's von mir leute danke fürs reinschauen und dann sehen wir uns die nächsten tage schon wieder zu den offseason videos oder wenn auch hier in den conference falls noch was passieren sollte bis dahin leute ciao